Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute habe ich mal wieder eine Geldmethode für euch, wie ihr schnell egal viel Geld verdienen könnt in GTA Online. Aber bevor das Video jetzt losgeht, nehmt auf jeden Fall an meinem Unlock All und Mordet Account Gewinnspiel teil. Das einzige was ihr dafür machen müsst, ist dieses Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und in die Kommentare zu schreiben, Hashtag Team Piero und warum ihr gewinnen wollt. Dann nur noch mir auf Instagram folgen und meine Bilder liken. Der Link dazu befindet sich in der Beschreibung. Leute, wenn ihr jetzt aber nur noch wissen wollt, wann das Ganze verlost wird, und zwar wird das immer in den Livestreams verlost und da ich jetzt auf diesem Kanal bis zum 15.12.2017 nicht mehr streamen kann, werde ich auf meinem Zweitkanal streamen. Schaut euch einfach das Video an mit dem Titel, sehr wichtig. Ich werde es euch nochmal in der Infokarte verlinken. Fangen wir jetzt aber mal an mit diesem Video. Was müsst ihr machen, Leute? Und zwar geht ihr auf Online auf Gegner-Modus und sucht eine Bunker-Mission aus. Wenn ihr diese gestartet habt, werdet ihr schon merken, Leute, es gibt doppelt RP und doppelt Dollar auf diesen Gegner-Modus. Genauso wie Bombushka One, aber das habe ich euch ja letzte Woche schon vorgestellt. Außerdem, Leute, wird heute oder morgen noch das Zeitrennen kommen. Das sage ich euch jetzt schon mal, Leute. Heute oder morgen wird dann die beste Route für das Zeitrennen diese Woche kommen. Aber, Leute, was müsst ihr denn jetzt bei den Bunker-Missionen machen? Zum Beispiel bei dem Spielmodus, den ich gerade gespielt habe, habt, Leute, müsst ihr einfach Leute killen, eure Gegner killen im Bunker. So, wenn ihr alle getötet habt, dann habt ihr eine Runde gewonnen. Und immer so weiter, Leute. Ich habe jetzt nicht das ganze Geld bekommen, weil leider die ganzen Gegner gequittet sind. Deswegen habe ich am Ende nicht so viel Geld bekommen. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefällt, Leute. Und wenn es euch gefällt, Leute, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da. Und jetzt habe ich noch eine kleine Frage an euch, Leute. Und zwar, Leute, frage ich euch jetzt nochmal offiziell und ich werde auch eine Abstimmung machen. Und zwar, Leute, klickt jetzt mal alle auf das I. Jetzt, genau jetzt, Leute. Klickt mal auf das I und stimmt ab, Leute. Wollt ihr eine FIFA 18 Karriere sehen? Oder wollt ihr allgemein FIFA 18 sehen? Oh, Leute, was wollt ihr sonst noch für Spiele sehen? Ja, was wollt ihr sonst noch für Spiele sehen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich hätte auch mal Bock, ein bisschen Rocket League vielleicht aufzunehmen, weil ich privat gerade sehr viel Rocket League zocke. Aber schreibt mir einfach mal rein, Leute, was ihr gerne sehen wollt. Oder stimmt einfach mal ab, Leute, ob ihr FIFA sehen wollt. So, ich würde jetzt auch sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Ich bin raus, haut rein und ciao.